Meist ist schön wenn man heimkommt. Draußen pfeift der Wind und es ist trotzdem ein wenig föhnig und in der Stunde hat es 25 Grad. Da oben knistert und Katzenlingern überall miteinander. Man kann einfach nur dankbar sein. Dankbar für den wunderschönen Tag. Ich hoffe ihr könnt auch so dankbar sein wie ich. Das ist schön. Vielen Dank.